Hallo liebe Genossen, Comrades und Tovarisch. Willkommen zur neuen Episode von Workers and Resources Soviet Republic hier auf dem Kanal vom Astral Silber. In der heutigen Episode Genossen, da soll sich eigentlich alles hier um die Elektronikindustrie drehen, denn unser volkseigener Betrieb Robotron wurde errichtet und ist mittlerweile auch in Produktion gegangen. Das will ich euch gerne mal zeigen, dass wir uns das zusammen anschauen können, denn durch die Errichtung dieses Betriebes, der jetzt die Elektronik herstellt und einer anderen Firma, die die elektronischen Komponenten herstellt, haben wir jetzt eigentlich die gesamte Produktionskette für die normalen Güter erreicht. Das heißt, bis auf die Fahrzeuge können wir jetzt alles selber herstellen, Genossen. Das ist ein erster schöner Zwischenerfolg hier im Jahre 86 mittlerweile sind wir. Ja, 86, ihr seht es, der 19. Mai und ich freue mich auf euch. Die Stunde geht los, ich stelle die Uhr, denn nach dieser kleinen Pause geht es auch schon los. Bam, 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 bam. und da seht ihr auch schon, dass hier noch weitere Bauarbeiten am Gange sind. Die Wohngebäude hier, ja, die halten natürlich auch den ganzen Verkehr auf. Ihr seht es hier, die Baufahrzeuge, die stellen sich hier zum Entladen hin, ja, blockieren da durch die Straße, aber das ist leider nicht anders genossen. Man hätte das Gebäude natürlich andersrum hinstellen können, aber das ist jetzt eine temporäre Einschränkung und ihr seht, der Gegenverkehr lässt sich davon nicht aufhalten. Komm, dann steigen wir hier mal aus, wenn wir hier so lange in der Gegend oben stehen und schauen uns das mal aus der Vogelperspektive an hier. Das sind die Erweiterungsbauten hier in Berlikum. Eigentlich ergänzt das noch unser Ostseeviertel, aber es wächst jetzt hier nach Berlikum rein, seht ihr ja. Denn hier kommt noch ein weiteres Wohngebäude hinzu. Hier ist, glaube ich, ein Einkaufszentrum geplant. Ja, das ist eine riesige Kaufhalle mit einer Straßenladestation, wo dann die LKWs für die Versorgung andocken sollen. Hier seht ihr, dass eine weitere dieser Trolleybus-Haltestellen geplant ist. Hier doch ein bisschen weiter drin ist schon in diesem Gebiet. Denn wir wollen die überschüssigen Arbeiter hier dann aufnehmen können. Und auch hier, dieses Gebäude muss gerade eben fertig geworden sein eigentlich. Ja, das ist gerade fertig geworden. Seht ihr, hier sind gerade acht Leute schon eingezogen. Naja, schön. Also die Bauarbeiten hier machen gute Fortschritte. Das geht super schnell voran. Und wenn wir jetzt mal hier rausschauen, Genossen, ich zoome mal schnell raus, dass wir uns hier ein bisschen orientieren können. Also über den Wolken. Aber hier seht ihr halt Strausberg. Und ja, hier hinten Berlikum. Das war unser Pflanzenerzeugungsgebiet, Genossen. Und mittlerweile ist die Gegend zwischen Berlikum und Strausberg, ja, zu einem riesigen Industriegebiet, hat die sich verwandelt, Genossen. Und im Rahmen großzügiger Erdaushubarbeiten, da habe ich hier auch eine ganze Menge weggenommen. Das seht ihr hier, das eigentlich ging ja hier die Uferlinie lang, ungefähr so, wo ich jetzt mit der Maus langfahre. Aber da ich hier die Abholung der Güter ja noch organisieren musste, die wir benötigen für die weitere Verarbeitung, für die Herstellung der Kraftfahrzeuge und so weiter, auch der Züge, das muss ja irgendwie abgeholt werden, Genossen. Und ich hatte jetzt keinen, das hat mich nicht überzeugt, das per LKW zu erledigen oder hier jetzt eine Eisenbahnlinie Richtung Eisenhüttenstadt zu errichten. Von daher dachte ich, auch diese Transporte sollen hier eigentlich auf dem Wasserwege stattfinden, Genossen. Und ja, weil das jetzt eine ganze Menge Häfen sind. Diese bestanden ja vorher hier schon. Das ist ja hier unser Treibstoffhafen, das ist der Chemiehafen, das ist der Holzhafen. Ja, da sind jetzt noch ein paar dazugekommen und benannt habe ich sie auch, damit ich dann selber auch das noch wieder hinbekomme, das zuzuweisen, Genossen. Denn das wird natürlich immer komplizierter, je mehr von diesen Häfen hier sind. Ja, hier seht ihr, das ist der für den Kunststoff. Hier kommen wir zur Kleidung. Genau, das ist dann für den republikweiten Versand dieser Güter. Kunststoffkleidung. Hier haben wir Fleisch angebunden. Ne, hier haben wir Stoff, Genossen. Hier haben wir Stoff. Das seht ihr, ja. Fleisch kommt hier als nächstes nämlich erst. Hier ist das Fleisch. Und für das Fleisch haben wir hier auch noch ein riesiges Kühlhaus errichtet aus dem Workshop, Genossen. Das ist ein Kühlhaus aus Danzig, glaube ich. Und mir persönlich ist es eigentlich ein bisschen zu groß vom Lagervolumen her. Das seht ihr hier, 15.000 Tonnen Fleisch können hier gelagert werden. Aber von der Grundfläche nimmt es ja nicht ganz so viel Platz weg und, ja, soll sich hier bewähren. Derzeit ist die Fleischproduktion halt gerade so, deckt sie den Eigenbedarf und einen gewissen Überschuss erwirtschaften wir da. Ja, ich denke aber, dass wir hier in dieser Gegend eventuell noch Platz hätten, den ein oder anderen, ja, den fleischerzeugenden Betrieb, den ein oder anderen Viehstall damit reinzusetzen. Ja, aber gehen wir weiter voran, weil wir hatten hier Fleischgenossen. Dann kommt als nächstes der Hafen für die elektronischen Komponenten und danach der für die Elektronik selber. Und natürlich, man hätte das auch kombiniert errichten können, elektronische Komponenten und Elektronik zum Beispiel zusammenfassen. Aber, äh, das, äh, damit ich das selber auch noch alles halbwegs hier beherrschen kann, dann dachte ich, komm Astral, mach's schön sauber, bau da verschiedene Häfen hin. Dann, äh, ja, dann läuft das alles viel besser nachher, ne? Genau, äh, das sind, äh, die Häfen, die wir alle hier selbst errichtet haben. Die normalen Häfen hier, besser gesagt, die, äh, in geschlossenen LKWs, die Güter transportiert haben, ne? Die haben hier diese, diese Warenhäuser, nur das Fleisch hat hier halt das Kühlhaus als, äh, als Speicher bekommen, ne? Zuvor standen diese beiden, äh, diese beiden Konstruktionsbüros halt hier neben der Brücke. Das heißt, da hatte ich neue Konstruktionsbüros hier errichtet, hab sogar die Fahrzeuge umziehen lassen. Und, ähm, ja, hab die hier dann abgerissen, ne? Damit wir hier den Platz hatten für die, äh, für die Lager, Genossen. Genau, was ist dazugekommen? Hier seht ihr die, äh, Stoffindustrie. Oh, hier ist ein Riesenstau, weil nicht genug Pflanzen verbraucht werden. Ja, Tatsache, Genossen, ne? Tatsache, das gefällt mir aber gar nicht hier. Wir hauen mal tausend Tonnen, äh, damit der Verkehr sich hier nicht staut. Ja, 30 Arbeiter, das ist nicht genug hier in der, in der Pflanzenfabrik, ne? Äh, in der Stofffabrik, sei schon, ne? Ja, sonst fehlt nichts, oder? Chemikalien haben sie, ja. Gut, derzeit ist halt durch die Baustellen, die hier in dem, äh, in dem Wohngebiet sind, wo ja die Arbeiter herkommen, die hier arbeiten, ne? Viele sind jetzt hier im Bau beschäftigt. Da seht ihr 330 Mann, die eigentlich sonst mit den Bussen fahren würden. Äh, sind hier auch noch weitere Baustellen. Hier hinten sind hier auch schon Leute. Nee, hier noch nicht. Müssen wir das noch beauftragen? Äh, ist auch keine Straßenanbindung. Ah, die Straße wird noch gebaut. Genau. Und, äh, hier ist die Straßenladestation für, für den, äh, für den Supermarkt, da, für die Kaufhalle. Die riesige Kaufhalle, Genossen. Hier fehlt Stahl. Gut, aber das sollte sich gleich auflösen, weil die Stahlversorgung, Genossen, die habe ich auch ein bisschen weiter, ähm, dezentralisiert. Denn, äh, hier haben wir jetzt auch eine Anlieferung, ja, es steht unübersehbar auch drauf, Stahl. Äh, hier haben wir eine Anlieferungsstelle für Stahl aus Eisenhüttenstadt. Ja, seht ihr auch, dass hier schon zwei Schiffe liegen, die in Eisenhüttenstadt beladen wurden und, äh, ja, dann hier rüberfahren und den Stahl hier anladen. Denn, äh, wir brauchen ihn nicht nur als Baustahl, Genossen. Nein, wir brauchen ihn auch für, wo, hier zum Beispiel, wo fährt er denn her, hin? Wollen wir uns das mal anschauen? Äh, er fährt, äh, verfolgen wir ihn mal hier. Ich denke nämlich, hier seht ihr das nämlich, haha, das wollte ich euch zeigen, dass er hier den Stahl auslädt, denn, äh, den brauchen wir hier für die Produktion der elektronischen Komponentengenossen, ne? Da seht ihr, die Genossen verbrauchen auch Stahl, zusammen mit Kunststoff und Chemikalien. Und, äh, das Schöne ist, dass wir die ganzen Güter eigentlich hier ja vor Ort lokal erzeugen. So, dass, äh, ja, derzeit die Verteilung per LKW läuft. Und ihr seht, hier ist jetzt nicht ein übermäßiger LKW-Verkehr, äh, zugange. Also, das ist alles noch handelbar. Auch, äh, hier mit dem, mit den Pflanzen, das geht eigentlich auch. Nur kommt halt leider hier, jetzt sind es nur noch zehn Arbeiter, Genossen, ihr seht's, ne? Ja, das ist, äh, gut, das ist jetzt eine temporäre Einschränkung. Da, ja, das ignorieren wir mal. Sobald hier die Bauarbeiten abgeschlossen sind, äh, wird das, äh, alles wieder gut kommen. Seht ihr hier, das Gebäude ist auch schon fertig, wo sie eben noch gestanden haben, ne? Dann wird das hier wahrscheinlich der nächste Schritt sein. Fehlt immer noch ein bisschen Stahl. Gut, aber ihr seht auf, wie viele Konstruktionsbüros hier mit dran hängen. Also, äh, das geht wirklich gut voran hier, ja. Hier sind die, äh, geothermalen Kraftwerke ganz gut in Betrieb gekommen, ne? Gut, hier ist es jetzt nicht so dolle, aber hier von der Produktion her, ne, das Heizkraftwerk, das ist, äh, über die Hälfte, was auch nicht schlecht ist für 14 Grad jetzt, äh, Umgebungstemperatur. Aber gut, Genossen. Ja, des Weiteren haben sie hier noch ein Sportfeld bekommen, ne? Das, äh, ja, zur Unterhaltung, äh, gab's hier noch ein bisschen mehr eigentlich? Ah ja, ah ja, Genossen. Hier, ne, haben sie auch noch ein Volleyballfeld und hier sind zwei kleine Studentenwohnheime, habe ich hier mit hingesetzt, da hier ja die Universität ist und, äh, die Bürger, die, äh, besser gesagt, die Studenten in unserer Republik, die die Universität besuchen und hier wohnen in den Studentenwohnheimen, die ziehen ja republikweit um. Also, aus den Wohnheimen heraus, wo jetzt niemand drin ist, hier sind welche dran, okay, keine Kneipe besuchen. Ja, das ist für Studenten natürlich hier wichtig, eine Kneipe. Ähm, können wir mal sehen, ob wir hier irgendwelche Studentenwohnen haben in, äh, in diesem Gebäude. Verlegen sie bis zu zehn Bürger, aber da nur Studenten einziehen hier in dem Wohnheim. Ja, seht ihr, hier sind welche. Ja, sind sogar genug. Da nur, ähm, Studenten hier einziehen, haben wir die jetzt selektiert, ne? Das sind alle Studenten hier. Alle 43, 47, 45, ne? Das ist ein ganz schöner, hm, für einen Studenten, ne? Das ist auch nicht schlecht. Tatsache, die sind alle über 40, hier 50 teilweise. Ja, ähm, da darf eigentlich nicht mehr studiert werden in dem Alter. Leute. Hm, ist das hier bei den, äh, bei anderen Studentenwohnheimen genauso? Hm, 46, 47. Ja, also unsere Studenten sind doch was älter hier, mit abgeschlossenem Studium. Ja, der wohnt da noch, okay. Aber die Schüler sind, äh, hm, in ihren 40ern. Also, äh, vielleicht ist es auch Zweitstudium oder die promovieren da noch, weiß ich, auch nicht genossen. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, äh, der Hinweis, dass die ja aus diesen Studentenwohnheimen heraus auf die ganze Karte hin umziehen. Aus den, äh, normalen Wohnungen heraus, was jetzt hier im Umfeld ist, da ziehen sie ja nur innerhalb dieses, ähm, Radiuses um, äh, wo sie auch hinlaufen können, ne? Von daher dachte ich, dass diese Studentenwohnheime denn da quasi ein Sprungbrett sind für unsere abstudierten, äh, Mitbürger, damit die sich hier republikweit nützlich machen können, Genossen. Ja, jetzt haben wir schon wieder hier eine Nacht und ich war dabei, euch zu zeigen, dass eigentlich, äh, Robotronen ganz gut läuft hier, ne? Denn das ist unsere Elektronik, äh, ja, Komponentenfertigung hier. Das ist alles Teil des, äh, VEB Robotronen, äh, der Firma natürlich, ne? Hier seht ihr, dass, äh, Arbeitersituation gut besetzt ist, da die Leute hier auch teilweise zu Fuß hinlaufen können. Wir also keine, oder besser gesagt nicht ausschließlich auf den Nahverkehr angewiesen sind für die Arbeiterversorgung, sondern die, äh, Leute machen sich da auch selbstständig auf den Wege hin, ne? Und hier ist halt die Elektronikmontagehalle und ohne Stromversorgung, ja, das ist aber gar nicht gut, Genossen, ne? Wieso haben wir hier denn keine Stromversorgung? Hier ist, äh, hier ist ein Umspannwerk. Und was keinen Strom hat. Ah, okay. Na, das schaue ich mir direkt mal an, Genossen. Da habe ich bestimmt wieder hier beim Umbauen irgendwo eine Leitung abgerissen und, äh, die nicht wieder hergestellt. Das seht ihr auch, das, äh, naja, seht ihr, hier im Dunkeln ist das nicht ganz so einfach, aber hier ist der letzte, äh, der letzte Anschluss von, äh, von dieser Stromleitung, Genossen. Ja, ich erinnere es, genau. Als ich dieses Gebäude hier errichtet habe, denn eigentlich ging die Stromleitung ja hier hin. Okay, ja. Hm, dann müssen wir versuchen, das wieder herzustellen, Genossen. Das war denn hier ein Versehen vom Amt sozusagen. Ich schaue mal nach einer Mittelspannungsleitung. Oh, ach, den Anschluss hatte ich zwischenzeitlich natürlich auch anders im Weg, ne? Ja, was da, das, äh, das ist nicht so clever. Jetzt machen wir mal folgendes. Jetzt, äh, nehmen wir diesen Anschluss hier weg, geben dafür den am Kraftwerk wieder frei, denn das Kraftwerk steht ja hier auch direkt daneben. Das kann das ja auch ein bisschen, ein bisschen lokal versorgen, hoffe ich. Und, äh, dann versuche ich mal hier eine Stromleitung so halbwegs geschickt, wieder durchzuziehen. Die war halt hier neben der Elektronikmontagehalde. Hier ist aber auch, äh, direkt hier neben, was haben wir hier denn genossen? Hier ist doch auch ein Umspannwerk, ne? Also Umspannwerk, das sind die kleinen Traggrubs hier, Switch Tower. Ach, das ist ein Switch, Genossen. Das ist ein Switch. Und, äh, kommen wir hier an den Switch, kommen wir... von hier ran. Okay. Dann müsste hier ja Saft drauf sein, auf der Leitung. Dann gehen wir hier an den Switch ran, Genossen, und holen uns hier den Strom her. Oder? Ja, komm, erst da, mach mal. Dann machen wir, äh, das so. Und, äh, brauchen wir da einen ganz stark weg. Ja, ähm, ne, ja, weil der Switch ist von dieser Seite hier, hier kommen wir nicht ran an das Kabel. Kommen wir hier ran. Das wäre auch schon... Ja, hier kommen wir ran. Sehr gut. Und das geht sogar direkt. Sehr schön. So, das kaufe ich jetzt mal hier. Zack. Dann ist das nämlich fertig. Und haben wir jetzt Strom hier? Ja, sehr gut. Ich meine, die Versorgung ist noch ein bisschen wackelig. Der zieht aber ordentlich, Genossen. Der ist hier im, äh, im oberen Bereich seiner Möglichkeiten unterwegs, ne? Okay. Na gut, jetzt läuft das hier wahrscheinlich noch besser mit Elektrizität. Aber ihr seht es, dass unsere Genossen auch ohne Strom vorher hier in der, ja, in der Montagehalle ihr Bestes probiert haben, die, unsere Elektronik zusammenzusetzen, ne? Ja, was seht ihr hier noch, Genossen? Hier ist also die Elektronik-Montagehalle. Hier haben wir das Lager für die fertige Elektronik mit einer Straßenladestation hier dran. Und hier ist, äh, das Lager von, äh, den elektronischen Komponenten, was wiederum hier von der elektronischen Komponenten-Fabrik natürlich mit den Komponenten versorgt wird. Hier einen Anschluss hat, äh, für eine Straßenladestation, wo dann, äh, hier, ne? Seht ihr das? Die können hier hinterlang fahren. Wo, äh, elektronische Komponenten abgeholt werden können und hier an den Hafen transportiert werden können. Ja, und daneben ist natürlich der Zugang hier für die Fabrik der Elektronik, äh, äh, Montage, damit die jederzeit halt über ausreichend dieser elektronischen Komponenten verfügen können, Genossen, ne? Und das alles in, äh, ja, im Verband bildet halt unsere, ja, unsere VEB-Robotronen hier, ne? Und ihr seht auch, dass unsere Multicars hier unterwegs sind. Und, äh, da hier die Verbrauchsmengen nicht so groß sind, ist es auch okay, denke ich, hier mit Gabelstaplern zu arbeiten. Na, das sind ja immer nur ein, zwei, drei Fahrten oder so am Tag. Das ist nicht wie bei der, ja, hochintensiv pflanzenverbrauchende Nahrungsmittelindustrie oder bei, äh, im Kohletransport oder wo auch immer. Also da, äh, selbst bei der Beladung von den Schiffen an den Häfen, Genossen, ist der Gabelstapler oder besser gesagt, sind unsere Multicars hier teilweise ein bisschen überfordert, finde ich. Also bei einer Beladung von einem 1000 Tonnen, äh, Windschiffen mit Stahl, das, äh, ja, das dauert ja doch schon einen Monat, beinahe, ne? Und, naja, da muss man in Kauf nehmen, Genossen, ne? Aber ihr seht es hier, dass die Versorgung, äh, zuverlässig läuft und, äh, ja, darüber können wir uns freuen, ne? Darüber können wir uns freuen, denn jetzt ist es so, Genossen, dass wir mal schauen hier auf den Import von Ressourcen und derzeit importieren wir Dauer, ne, Export sind wir hier, Import, wir dürften gar nichts importieren dieses Jahr, äh, Export, Astral, geh doch mal zu Import, Import von Ressourcen, hier haben wir's. So, wir sind in diesem Jahr, genau. Ja, das Holz ist halt, äh, die Ergänzung für unser Heizkraftwerk hinten auf der, äh, äh, naja, bei kleinen Kuwait. Das ist so, ja, seht ihr auch, dass im Sommer halt, äh, die Importmenge eigentlich auch null fällt, aber unsere vier Holzfällerposten, besser gesagt, drei Holzfällerposten, die schaffen es bislang noch nicht, das Kraftwerk, äh, vollständig, eigenständig zu versorgen. Deswegen hatte ich da jetzt auch noch eine vierte Holzfällerstation in Auftrag gegeben und, äh, da können wir auch bald mal nachschauen, ob die eventuell schon, äh, in Angriff genommen wurde oder, äh, schon fertig ist, ne. Sonst, Import von, äh, Ressourcen, dieses Jahr, die Elektronik, seht ihr genossen, der Import von Elektronik ist auf Null, das heißt, ähm, ja, dass wir uns da jetzt vollständig selbst versorgen können. Sonst, äh, Import von Kies, ja, das waren ein paar Sachen, die ich gekauft hatte, äh, Stahl sind dann sowas wie Stromkabel, ähm, elektronische Komponenten sind dann auch Teil von irgendwelchen Sachen, die ich gekauft hatte als Bauwerk. Aber ihr seht die Mengen hier, das ist, äh, sehr überschaubar. Und Betonbretter, Mechane, ja, das sind alles Zutaten für, äh, für kleine angekaufte, äh, Bauwerke. Aber sonst haben wir jetzt die, äh, ja, die Gesamtwirtschaft auf die, äh, eigene Erzeugung umgestellt, Genossen, ne. Und gerade habt ihr gesehen, vielleicht zufällig, dass hier die, äh, die Trolleybus-Heitestelle fertig geworden ist. Und, äh, ja, dann können wir die ja auch direkt mal in Betrieb nehmen, würde ich vorschlagen. Ja, machen wir, oder? Okay. Also, ich hab jetzt erstmal hier rausgenommen, dass keine Passagiere hier warten sollen, weil ihr seht es schon, die ersten Leute kommen hier schon angelaufen. Und, äh, Schüler wollen wir auch nicht haben hier, denn hier soll nur wieder ein Bus zur Arbeit der Versorgung natürlich abfahren. Und ihr seht es, auch diese Straße hier ist eigentlich unsere, ja, Trolleybus-Rennpiste geworden. Da hier so gut wie keine anderen Fahrzeuge fahren und die Trolleybusse mit geringen Abständen hier ihre Geschwindigkeit halten können, ja, sieht ihr, ne, das ist, äh, ist okay. Solange hier keine Einmündungen oder sowas kommen oder kreuzender Verkehr, irgendwie sowas, da können wir diese Straße hier ordentlich belasten. Und, äh, jetzt sind inmittels auch hier schon die ersten Arbeiter, haben sich hier versammelt und das ist gut so genossen, denn vorhin hatte ich ja gesagt, dass eigentlich die Besatzung hier in der, in der Textilproduktion total unzureichend ist, ne. Ja, das ist auch der Fall genossen, hier 17 von 250. Wo haben wir denn hier die Haltestelle? Wo kommen denn die Leute an hier? Hier, ne? Hier. Ja. Ah, naja, gut, hier gehen sie auch zur Fleischproduktion mit rüber, die ich ordentlich hochgefahren habe. Das ist hier genossen. Na, sind auch nicht so viele da jetzt gerade. Das liegt wahrscheinlich doch noch an den Bauarbeiten, ne, die hier zu Gange sind. Denn, äh, die Arbeiterbesetzung war da eigentlich besser vorher. Ihr seht aber, dass mittlerweile die Chemiefabriken ein bisschen, äh, anfangen hier in Schwung zu kommen. Die sind mit 100 Mann besetzt hier, hier sind es 180, gut. Ja, das heißt, wir haben 300 Mann in der Produktion hier. Und der Chemietower, wo, müsste sich langsam füllen, hoffentlich. Jetzt habe ich ihn ein bisschen daneben geklickt, aber schauen wir nochmal. Der müsste sich langsam füllen jetzt, ne. Ah, der füllt sich nicht, Genossen, der füllt sich nicht. Hm, warum ist das so? Wahrscheinlich, weil unsere Kunststoffindustrie hier zu viel verbraucht, oder? Ja, ja, seht ihr hier, das ist der, das Vorratslager für die Kunststoffe. Und hier müsste die Chemie sein, ne. Genau, 160 Tonnen von 195. Das heißt, der zieht sich hier derzeit noch 30 Tonnen Chemie rein, die noch nicht da sind, Genossen. Die noch nicht da sind. Ja, und das war auch einer der Gründe, warum ich hier weitere Wohngebäude errichtet habe, vor allen Dingen diese beiden hier, damit die Arbeiterversorgung hier mal ein bisschen hochgefahren werden kann, Genossen, ne. Denn, äh, so langsam werden hier halt die Leute einziehen wollen. Mal sehen, wie es hier aussieht derzeit. Ja, 100 Leute sind auch schon da, ne. Sport können sie nicht machen, Kultur, Essen nicht bekommen. Wieso Essen denn nicht bekommen? Das dürfte eigentlich nicht sein. Schauen wir mal hier mal. Weil hier sind die Geschäfte, Genossen, hier in Zugang, haben die hier in Zugang? Ja, auch zum, äh, ja, zu dem Wegenetz, ne. Und, äh, da unsere Geschäfte doch so gut wie immer ausgelastet sind. Ihr seht es hier, die Anzahl der Leute vor dem Geschäft, 600 Leute warten hier davor. Das ist nicht gut eigentlich, ne. Ne, das ist nicht gut. Da hatte ich nämlich hier noch einen Laden eröffnet. Ah, der ist jetzt fertig geworden, Genossen. Der ist fertig, ist aber hier noch nicht zugewiesen worden. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, dass wir das jetzt machen, ne. Denn, ähm, weisen wir mal hier unseren Distributionsbüro. Hier den Genossen können wir das zuweisen. Die holen hier das Essen ab in Kolditz. Die holen den Alkohol in Kolditz ab. Das ist gut so. Und die versorgen hier schon ein paar Supermärkte. Haben aber viele LKWs auf dem Hof stehen. Das ist auch gut so. Das heißt, hier können wir davon ausgehen, dass die den Auftrag dann auch mal ein bisschen in Angriff nehmen. Das heißt, da sage ich jetzt, add new connection. Oh, jetzt sind wir hier ein bisschen aus unserem Ostseeviertel ausgedriftet, Genossen. Und das war das neue Geschäft hier, ne. Genau. Distro Zement. Ja, das war früher mal die, äh, Distro für Zement. Das werden wir jetzt mal umbenennen, ne. Das ist jetzt hier Strausberg, äh, äh, Distro Bürgerwahn 2. Okay, die haben das zugewiesen. Das heißt, da müsste ich jetzt noch der, dem Fleischtransporter sagen, dass der sich hier auch drum kümmern soll, weil die, äh, die Genossen hier in einem anderen Büro unterwegs sind. Das sind die hier, ne. Genau. Und, äh, ja, die sollen auch da. Ja, okay. Also add new connection. Hier ist, äh, Laden zugewiesen. Sehr gut. Aber wir schauen uns das mal an, ob das gut geklappt hat. Ja, ein Laden aus Seeviertel Department Store. Okay. Ja, da müssten eigentlich hier jetzt auch LKWs losfahren, die sich denn darum kümmern, ne. Hier bei dem, äh, Fleischtransporter zum Beispiel. Kann natürlich auch sein, dass die jetzt schon losgefahren sind. Und wir das Spektakel hier verpasst haben. Ja. Ja, ihr seht, hier sind viele von den W50, äh, Fleischtransportern unterwegs. Ja. Da ich auch eine ganze Menge von den, äh, alten LKWs, äh, ersetzt hab hier mit unseren W50 Kühllastern, Genossen. Ich, äh, können wir uns bei Tage mal genauer anschauen, weil die auch von der, ja, von der Optik her überzeugend rüberkommen, ne. Was haben wir hier denn jetzt? Spannung, Schwankungen, Genossen. Irgendwas ist ja immer. Ja, das ist ja interessant. Ja, das ist ja interessant. Ja, wo kommt denn das her, Genossen? Läuft hier unsere Stromproduktion nicht richtig? Hier 19, 20, ja, müsste eigentlich laufen. Und hier sind wir auch noch innerhalb der Toleranz, ne. Jetzt sind die Schwankungen noch nicht mehr da. Ja gut, was nicht da ist, kann man auch nicht untersuchen jetzt, ne. Was nicht da ist, kann man nicht untersuchen, Astral. Das heißt, behalten wir mal im Auge. Mal sehen, ob das hier häufiger vorkommt, sonst, äh, müsste man mal drüber nachdenken, dass wir da eventuell was machen, ne. Ja. Nur, bislang, äh, war es mir nicht aufgefallen, deswegen, hm, geh ich jetzt mal von einem temporären Störungsereignis aus, was sich hoffentlich nicht fortsetzt hier, ne. Ja, Genossen, ihr habt es gesehen. Also, die Importe können wir jetzt eigentlich abstellen. Das heißt, auch die, die Grenze hier in Frankfurt, oder die Grenzstation, ne, da ist sie, da dürfte nicht mehr viel Betrieb sein, hier, ne. Schauen wir mal, sind hier LKWs unterwegs? Ne, hier ist nichts, nichts Genossen, ist hier niemand, höchstens ein Holztransporter könnte hier jetzt kommen, ne. Eigentlich, rein theoretisch, der, äh, unser letzten, unseren letzten Exportzug hier für den Ölexport, den habe ich halt auch abgestellt, da die Raffinerie so gut läuft, dass die unser Rohöl inzwischen doch, äh, komplett verarbeitet eigentlich. Ja, und ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal gezeigt hatte, das war im Rahmen der Dezentralisierung der Versorgung mit Treibstoff, äh, der Anlandehafen für Kolditz, der dann irgendwann mal fertig geworden ist, ne. Ja, doch, das hatte ich euch schon mal gezeigt, das war hier mit dem, äh, kleinen Fass, was, äh, was ich aus den Kommentaren übernommen hatte, und, äh, was auch richtig gut aussieht eigentlich, ne, muss man sich auch mal, auch mal anschauen, so ein bisschen, ja. Da macht schon was her, Genossen. Das ist schon nice. Na gut, also, das, äh, ist unser Kolditz. Und, äh, hier seht ihr auch das, wo früher die, äh, der Bauernhof stand, äh, jetzt eine Straßenladestation errichtet worden ist, damit, äh, die Beladung des Kornspeichers hier effizienter erfolgen kann, Genossen, ne. Denn da war es doch vorgekommen, dass sich hier Schlangen gebildet haben, und, äh, da, ich meine auch, holen noch, ich weiß nicht, ob Leute noch Korn abholen, ja, eigentlich nicht, ne. Die müssten das ja hier von dem, äh, von dem Getreidelieferhafen hier holen. Ja, na, das ist unser Essen-Astral. Das Getreide steht doch hier rechts. Schau doch in der Hand mal. Ah, okay, schau mal hier. Hier seht ihr auch, dass, äh, der Speicher voll ist. Hier liegt ein Schiff vor Anker, was drauf wartet, entladen zu werden. Und, äh, das andere Schiff müsste eigentlich gerade in Richtung, hier, LPG Roter Stern unterwegs sein. Was denn diesen, äh, diesen Speicher hier mit versorgt. Nö, hier ist gar kein, äh, hier ist ja gar nichts mehr, Genossen. Gar nichts mehr. Oder hatte ich hier noch nie ein Schiff zugewiesen? Kann auch sein, ne? Kann das sein, was drin? Hm. Na, wir werden sehen, wenn hier noch, noch einer unterwegs ist. Wer ist er denn hier? Ha, hier kommen Pflanzen angefahren, genau. Der hat jetzt 990 Tonnen Pflanzen geladen, ja. Was bist du? Du holst Essen für Eisenhüttenstadt. Okay. Ja, da seht ihr, dass hier der Pflanzentransporter hier für unseren kleinen Pflanzenhafen gerade ankommt. Werde ich mal hier eine Beschleunigung reinsetzen, damit wir das vielleicht noch mitbekommen, an welchen Hafen er fährt, weil das würde mich ja jetzt doch mal interessieren. Wollen wir uns das mal anschauen, Genossen? Wollen wir da mal reinspringen? Ja, Schiffe sind ja sonst doch relativ langsam. Komm, wir gehen mal hier in First Person. Und, äh, ich versuche auch das Interface hier mal auszunehmen, so. Ja, das ist der Schiffsverkehr hier. Sie halten ja doch, äh, regelmäßig an hier, um kleine Schwätzchens zu halten. Was ist das jetzt hier, Genossen? Was ist denn das? Wir fahren hier ineinander. Ja, totale Konfusion. Hm. Ja, Genossen, das kann dauern. Wir sind jetzt erst mal rückwärts unterwegs. Okay. Und das Spektakelum geht weiter hier. Ja, je, jetzt fährt er da. Also, vielleicht müsste ich doch mal mit diesen Wegepunkten arbeiten. Damit, äh, gerade hier an so einer Spitzenkehre, wo sie natürlich alle rechts fahren wollen, damit sie einen kürzeren Weg haben. Das geht aber nicht, dass die sich hier, äh, den gegenseitigen Weg rumstehen dann, ne? Und ich meine auch hier, seht ihr, hier rechts ist so eine Einkerbung. Im, äh, im Küstenverlauf oder im Uferverlauf, dass da irgendwann mal ein Schiff festgesessen hat. Und ich deswegen terraformen musste, damit der da wieder rauskommt, Genossen. Aber, ja, schön. Äh, die Skyline hier von Kolditz mittlerweile. Und in welchen Hafen fahren wir? Fahren wir in den rechten Hafen hier mit rein? Ja, ne? Ja, dann kann es sein, dass ich die beiden Schiffe nämlich hier auf den rechten auch zugewiesen hatte. Was jetzt nicht wirklich Sinn macht, aber was ausreicht derzeit, um, äh, naja, um die Nahrungsmittelproduktion hier in Kolditz mit, äh, mit Pflanzen zu versorgen, ne? Ja, Genossen. Dann springen wir hier mal raus. Komm. Äh, achso, ja. Springen wir raus, genau. Okay. Dann sind wir raus hier. Ja, ihr seht auch, dass hier die Kiesproduktion, die Erweiterung der Kiesproduktion, die ich hier durchführen musste, um unseren Kiesbedarf zu decken, ne? Das seht ihr hier, also hier, wenn diese Fenster hier wieder wechseln, so, das seht ihr hier, dass diese Verarbeitungsanlage eigentlich auch ganz gut läuft hier, ne? Also auf Maximalbetrieb, solange wir die Kipper hier Bruststein hinterher schleppen können. Denn, äh, diese schönen Kipper hier, die 40 Tonner, die konnte ich ja, naja, die waren ausgelaufen von der Produktionszeit her, das heißt, die konnte ich hier nicht mehr ankaufen, sondern, äh, das sind so 27 Tonner. Ich weiß, dass wir noch ein paar haben. Da sind noch ein paar von den 40 Tonner Kippern in verschiedenen Bauhöfen oder Konstruktionsbüros, besser gesagt, geparkt. Und man könnte die ja auch einzeln raussuchen, über die Zuweisung zu einem Depot als Zwischenstation dann schlussendlich hier zuweisen zu lassen. Aber das war mir zu aufwendig und, ähm, da die Produktivität hier ausreicht, um den Gesamtkiesbedarf zu decken, ja, habe ich das mal sein gelassen, Genossen, ne? Ja, wir laufen immer noch auf maximaler Geschwindigkeit jetzt hier, ne? Das muss eigentlich gar nicht sein, obwohl wir warten jetzt mal, bis der Tag losgeht. Hier seht ihr auch ganz gut den Gabelstaplerverkehr, der hier unsere Ziegel, äh, versorgt. Denn das ist ja immer noch die einzige, ja, dieses Gebiet hier ist immer noch die einzige zentrale Produktionsstätte für all unsere Baustoffe, ne? Die Ziegel, auch die für Eisenhüttenstein werden hier produziert, die Fertigbaupaneele für unsere ganze Republik werden hier produziert, der Zement für die ganze Republik wird hier produziert. Und, äh, das läuft ja eigentlich ganz gut, Genossen, ne? Da kann man ja eigentlich zufrieden mit sein. Ja, ich denke, denn, äh, habe ich das hier vielleicht euch ganz gut gezeigt, oder auch nicht? Ich weiß nicht, doch, ne? Hier seht ihr auch schon, dass unser Exportlager voll ist, Genossen. Ja, dann wäre es eigentlich an der Zeit, wir haben jetzt so viel Elektronik produziert, wir haben jetzt unseren gesamten Eigenkonsum an, äh, Elektronik decken wir selber, dass wir vielleicht ein erstes Exportschiff bestimmen, um, äh, das Lager wieder freizuräumen, damit die Produktion hier auch weiterlaufen kann. Was haben wir hier? Denn hier könnten wir an Elektronik, ähm, elektrische Komponenten werden, 60 Tonnen, knapp 59, und dasselbe gilt für die, äh, gilt für die, äh, okay. Ja, dann löschen wir das hier und, äh, weisen diesem Schiff, sagen wir, das ist das erste Exportschiff, 60 Tonnen ist jetzt auch nicht so furchtbar viel, aber wir wollen das Lager hier auch nicht komplett leer räumen. Also beladen, dann, äh, müssten wir nicht sagen Elektronik, weil was anderes ist ja auch nicht verfügbar, Genossen, ne? Und danach fährt er über die ganze, äh, und exportiert das hier zu unseren Brüdern und Schwestern, genau. Ja, ab dafür, los geht das, äh, haben wir das gut gemacht hier, ja, ne? Beladen, okay, okay. Fährt er denn jetzt mal los hier? Äh, nee, er fährt nicht los, ne? Wieso fällt er denn nicht los, Genossen? Versandhafen Elektronik geladen, entladen. Dann haben wir die so eine kleine Flagge hier zum Starten. Habe ich die gedrückt gehabt, Genossen? Gab's die überhaupt? Man weiß es nicht. Jetzt geht's los. Ah, okay. Jetzt haben wir ihn in Bewegung gesetzt. Ja, wahrscheinlich war die Flagge nicht da, da er vorher eine laufende Route hatte, die ich ja rausgelöscht hat. Und, äh, das, äh, für ihn keine neue Route war, sondern eine Änderung dann in der laufenden Route, ne? Na, das könnte sein. Okay, naja. Ja, gut, ähm, der, ähm, denke ich, dass wir da zwei eigentlich von laufen lassen könnten, ne? Ich werde mal noch ein kleines, äh, von diesen River Cargo Schiffen kaufen, hier. Das, äh, sind diese hier, ne? Ja. Und, äh, der könnte ja denn unsere Elektronik auch noch exportieren, hier. Und, äh, da die ja denn nur alle zwei, drei Monate hier wieder zurückkommen, sollte das ausreichen, damit wir trotzdem mit unserer Elektronikproduktion hier gut hinterherkommen. Also, hier holen wir die Elektronik ab, haben wir gesagt. Und auch das wird in der sowjetische Ausland, sozialistische Ausland exportiert, ihr Genossen. Und jetzt haben wir nämlich auch die Flagge, weil das ist ein neues Schiff. Und da startet jetzt hier seine Reise, ne? Gut, die Drehzahlen steigen, alles klar, super. Aber, wie sieht's bei den Komponenten aus? Hier ist das Lager nämlich auch schon voll. Okay. Also könnten wir hier auch schon ein bisschen handeln, Genossen. Denn, äh, der nächst größere Komponentenverbraucher wird die Fahrzeugproduktion sein. Nur die Fahrzeugproduktion, die will ich nicht hier noch errichten. Dafür haben wir hier keinen Platz, meines Erachtens nach. Das Einzige, was hier noch hinkommen soll, ist eine Erweiterung von den Gewächshäusern. Dafür plane ich hier eventuell noch zwei oder drei von den Gewächshäusern irgendwie unterzubringen. Damit, äh, ja, das sind ja dann auch wieder 20 bis 30 Tonnen Getreide am Tag, damit wir die Getreidelücke decken können, Genossen. Denn, äh, hier wird es uns einholen, dass die Produktion hier so weit hinter dem Verbrauch hinterher hinkt. Unser angespartes Getreide aus den letzten Jahren, das geht halt langsam zurück, ne? Da seht ihr hier, sind wir jetzt bei knapp 6.000 Tonnen nur noch in unserem großen Speicher. Und, äh, ja gut, die beiden Speicher sind hier voll, ne? Das sind jeweils 5.000 Tonnen, glaube ich. Okay, dann haben wir hier 10.000 plus 4 Schiffe, die da liegen. Das sind auch nochmal 4 um den Dreh. Ja, 10.000, 14.000 Tonnen. Mit dem, was wir drüben haben, sind es 20.000 Tonnen. Und, ja, äh, das Problem haben wir auch noch, dass hier unsere, unsere Textilindustrie nicht gut läuft, ne? Ne, da mussten wir die Arbeiter hinhaben, Genossen, genau. Das wollte ich doch vorhin eigentlich machen, da war ich so ein bisschen drüber hinweggekommen, aber... Weil ich meinte, oh, die Arbeiter, die sind ja derzeit eh in den Baustellen beschäftigt. Dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt hier uns noch ein paar Trollibusse schnappen, Genossen. Und mal schauen, wie viele Leute hier sich einfinden. Ja, ach, das ist nun natürlich nicht so furchtbar viel, ne? Ja, sind die hier noch am Arbeiten? Ja, hier sind auch noch 200 Mann. Okay. Ja, ja, die sind da beschäftigt, ne? Hier kommt keine Kultur. Was machen wir, Genossen? Wir nehmen ein paar Bürger hier aus Kolditz raus. Ja, nehmen hier den Druck sozusagen ein wenig raus, schaffen hier freien Wohnraum. Diese werden komplett freiwillig hierhin verlagert. So, die ziehen jetzt ungenossen. Und ihr seht es, die freiwilligen Wohnungen freuen sich dann direkt hier am nächsten drüber. Und wir haben 150 Mann mehr hier quasi, ne? Ja, das ist gut. Und das Gleiche machen wir jetzt nochmal. Dann schaffen wir hier so ein paar Lücken. Und geben den Leuten die Möglichkeit, auch wieder ein bisschen umzuziehen. Hier sind es 180 Mann. Sehr gut. Produktives Alter. Das heißt, da verlagern wir die auch alle hier hin. Und je mehr Arbeiter hier sind, desto mehr werden früher oder später auch in unserer Textilfabrik ankommen. Hoffe ich jedenfalls mal. Jetzt seht ihr jedoch, dass die alle hier zur Baustelle laufen, ne? Dass hier die nächst offene Baustelle ist. Aber sollen sie mal ruhig machen, Genossen. Das ist auch ein wichtiges Projekt. Das ist ein Riesensupermarkt. Und die brauchen wir auch, da unsere Geschäfte hier komplett überlaufen sind, ne? Hier, jetzt sind es noch 250 Leute vom Laden, weil wir ja hier noch ein Geschäft eröffnet haben. Ja. Und das ist auch ganz populär eigentlich, ne? Ja, hier wartet niemand vor dem Laden. Das ist gut, Genossen. Die, die hier einkaufen, die werden bedient. Was uns fehlt, hier ist das Essen. Dann wird das jetzt eventuell gerade geliefert. Das wäre natürlich schön. Ja, hier seht ihr auch, ne? Die schönen Konsum-LKWs. Ja, jetzt sehen wir die natürlich nicht, weil Astral hier dieses Infofenster hochgelockt hat. Das sollte ich eigentlich auch mal als Outfit festlegen hier in dem, äh, in dem zweiten Distributionsbüro für die Bürgerwagen. Wenn wir das machen können, weiß ich nicht, ob wir die LKWs hier auch zu Konsum-LKWs machen können. Von der Plane her. Ne, geht leider nicht, ne? Ne, das sind nämlich die mit dem langen Führerhaus. Da geht es nicht, glaube ich. Zeig mal. Ah, geht das bei denen hier? Ah ja, sehr schön. Genau, das war eigentlich der Plan hier. Okay. Das heißt, das geht nur bei denen mit der kurzen Kabine vorne. Okay. Ja gut, so. Ah, ihn können wir auch noch umbenennen. Also umbenennen, nicht umstylen sozusagen. Wirklich verkaufen? Nein, Genossen, natürlich nicht verkaufen. Umbenennen, äh, um, um, lackieren. So. Haben wir ja die nicht. Ja, hier, die haben alle lange Kabine, ja. Weil die nämlich früher als, ähm, Transport-LKW für Pflanzen, äh, gedient haben. Die sind zur Grenze gependelt und haben da Pflanzen geholt, Genossen, ne? Und, äh, da brauchten die natürlich eine lange Kabine, weil sie da auch irgendwie mal übernachten müssen, unterwegs irgendwo pennen wollen. Aber jetzt sind sie halt, äh, ja, haben sie eine andere Bestimmung erhalten. Ja, da brauchen sie die lange Kabine natürlich nicht. Aber das ändert nichts, das hindert nicht, Genossen. Wie gehen die Bauarbeiten voran? Ihr seht, der Kran dreht sich und dankenswerterweise stehen sie hier auch auf einer Straße im Stau, die nicht, äh, ja, was uns nicht schadet, ne? Das hält den Busverkehr nicht auf, denn, äh, der findet ja eigentlich mehr oder weniger ausschließlich hier statt. Haben wir diese Haltestelle mittlerweile populärer machen können? Leider nicht, Genossen. Leider gar nicht. Also werden wir noch mehr Leute hierher zwingen. Wie sieht's denn mit unserer Bevölkerungsstatistik aus? 350 Mann könnten wir hier noch irgendwo abziehen. Hm, wo haben wir die her? Wo haben wir die her, Genossen? Ein Haus hatten wir hier schon leer gemacht. Das war dieses hier und das ist daneben. Und dann räumen wir das hier auch noch leer. In der Hoffnung, dass hier ein bisschen was hängen bleibt. Also, so. Ziehen wir die rüber hier. Okay. Ja, 650 Leute sind jetzt hier am Start. Das ist anständig, ne? Da kann man nicht mehr weckern. Und da würde ich auch erwarten, dass diese Haltestelle hier ein bisschen populärer wird. Hm. Haben die hier eine Aufnahme, wo sie hingehen sollen? Nein. Okay. Die entscheiden sich spontan. Ja, ich würde vorschlagen, dass wir noch abwarten hier mit der Zuweisung und Priorisierung. Oder besser gesagt, dass man Bescheid sagt, wo die hingehen sollen. Manuell, bis hier die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Denn ich könnte mir vorstellen, dass diese 200 Mann denn automatisch sich auch hier dann an der Bushaltestelle einfinden, ne? Na komm, die Bauarbeiten sind ja eh jetzt abgeschlossen, denn hat sich das ja erledigt. Das ist eine fehlende Ressource Beton. Aber gut, das ist ein Mixer dann, ne? Steht der hier hoffentlich? Ne, hier sind nur Busse am Start. Hier ist noch ein Mixer. Ja, okay, da ist unser fehlender Beton. Na gut. Das heißt, hier können wir jetzt auch die Fertigstellung erwarten. Ja, herrlich, Genossen. Dann können wir auch dieses Einkaufscenter zuweisen für unsere Distributionsbüros. Ja, sehr gut. Schön, schön, schön. Es gibt keine Waren zu verkaufen. Ja, das wissen wir. Deswegen jetzt die Zuweisung. Und dann nehmen wir uns das untere hier, was noch ein bisschen mehr Kapazitäten frei hatte. Und weisen auch dieses riesige Geschäft hier zu. Daneben müssen wir die Fleischdistort nicht vergessen. Die holen wir uns jetzt mal. Die Genossen waren hier unten im Hafen nämlich. Hier ist das, genau. Ja, dann können die hier auch an die Arbeit. Und Arbeiter waren ja hier schon da. Die Stromversorgung ist auch gegeben. Und ja, die Versorgung ist hergestellt. Sehr gut, Genossen. Dann ist dieser Superman zugewiesen. Sieht auch ganz gut aus, das Gebäude. Ja, gefällt mir, Genossen. Das gefällt mir ganz gut eigentlich. So, und jetzt überprüfen wir hier unsere Theorie, ob diese Trollybushaltestelle ein bisschen besser... Ja, das sieht doch schon besser aus hier. Jetzt warten hier 70 Arbeiter. Das heißt, jetzt werde ich die ersten Trollybusse hier mehr schnappen. Fangen wir mal mit einem an. Und sagen, hier die Arbeiter abholen, bitteschön. Und die sollen dann zur Unterstützung der Textilproduktion... Wo müssen die da hingenossen? Die müssen dann hier hin, an diese Haltestelle. Genau. Also, Start. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht auf dieser Strecke insgesamt vielleicht drei Busse laufen lassen. Mal sehen, ob das ausreicht. Je nachdem, wie viele von den Arbeiter sich dann da auf der Haltestelle stauen. So, die Route habe ich übertragen. Das habt ihr gesehen, hier auf die zwei anderen Fahrzeuge. Und mit einem kleinen Abstand starte ich auch. Und dieser kleine Abstand gibt mir die Gelegenheit, erstmal hier einen kleinen Schluck zu trinken. So, und dann können wir den auch... Auch starten hier, ne? Sehr gut. Okay. Ja, dann lassen wir mal schauen. Komm, ich gehe mal eben auf die Beschleunigung. Mal gucken, ob das hier klappt mit der Bushaltestelle, was wir uns da gerade angeschaut hatten. Dass die hier schnell genug leer geräumt wird. Ein bisschen laufen lassen, mal gucken, ne? Ein bisschen laufen lassen, Genossen. Ja, 14. Das ist ja nicht überwältigende Menge. Die werden aber auch gleich abgeholt, weil so ein Bus, der kann, glaube ich, 80, 90 Mann mitnehmen. Ah, da ist unser dritter Bus. Der kriegt schon beinahe niemanden mehr mit. Und jetzt ist natürlich eine lange Lücke da, ne? Auf der Strecke. Ich schnapp hier mal einen. Mal sehen, wie lange die hier warten. Geht das überhaupt? Kann ich, äh... Hier müssten wir das machen, ne? Von einem, der am längsten wartet hier. Wie lange wartet der an der Haltestelle? Ah, jetzt wurde er eingesammelt. Ja, das ist okay. Das ist okay, Genossen. Unterwegs im Fahrzeug. 15 Minuten. Gesamtreisezeit eine Stunde. Mal sehen, wie lange er braucht, um hier zur Arbeit wirklich zu kommen. Aber eine Stunde ist super. Also da, ja, jetzt ist er wieder ausgestiegen. Und jetzt läuft er hier zur Robotron, äh... Ja, das nennt sich auch Robotron Kleidungsfabrik, weil das Gebiet so heißt. Das ist aber natürlich hier unsere VWB Textilproduktion. Und dann arbeitet er, oder arbeitet er jetzt so früh? Also nicht er, sondern, äh, Tatarin Siewa, Sinaida, Anantolin Jebna. Uff, okay. Ziemlich happy ist er eigentlich, ne? Wenn man hier mal so schaut, äh, Bedürfnisse werden alle erfüllt. Ja, also wir sehen, dass die drei Busse wohl ausreichen, um diese Bushaltestelle hier, ja, mit, äh, ja, mit abzugrasen. Jetzt sind es vier, fünf Leute. Und der nächste Bus kommt auch gleich. Also, das können wir hier so laufen lassen, Genossen. Das hat sich als, äh, gut erwiesen. Ist nur die Frage, ob es wirklich was bringt hier für unsere Textilproduktion. Ja, es steigt. Okay, jetzt ist hier gerade ein Stau von den anderen Bussen, weil diese Station hier natürlich von mehreren Haltestellen aus angesteuert wird. Aber das ist völlig okay so. Ich würde nur mal vielleicht hier die Gewichtung, äh, ändern wollen. Dass wir mehr Stoff herstellen. Die Feuerwache hier, die ist gut besetzt. Ja, so viele brauchen wir hier gar nicht, Genossen. Also, das reicht, wenn hier 20 Mann vielleicht, äh, sind. Und, okay, das heißt, Fire Station kann hier runter ein bisschen. Ja, so würde ich das mal laufen lassen. Die Hälfte geht in die Textilfabrik, ein Drittel geht in die Kleidungsfabrik und, äh, was ist denn das, ein Achtel oder so, ne? Und geht in, äh, geht zur Feuerwehr. Okay. Ja, sehr gut, Genossen. Das ist gut. Oh, hier seht ihr auch, dass dieser Stau sich abarbeitet, dass die Arbeiterversorgung hier relativ steady gut läuft. Ja, müssen wir nur im Winter schauen, ne? Denn ich hatte hier irgendwo einen Winterdienst abreißen müssen, weil der blöd im Wege stand. Den hatten wir hier aber neu errichtet. Genau, da müsste ich nur noch die Fahrzeuge einkaufen. Sehr gut, Genossen. Da nehmen wir unsere Eigenproduktionsfahrzeuge hier. Ja. Okay. Das heißt, Winterdienst haben wir hier eingerichtet, der eigentlich ja auch nur für diese Trollybusstrecke zuständig ist. Die wird halt nur noch mitgenutzt durch die Versorgung hier für die Komponentenfertigung, ne? Die läuft ganz gut von der Arbeiterversorgung her, das ist sicher, ja. Ja. Okay. Wollen wir mal schauen, ob die Schiffe schon da sind, die Elektronik abgeholt haben. Ja, ne? Die waren da gewesen. Ha, 100 Tonnen sind weg. Okay. Das heißt, die müssten jetzt hier irgendwie, entweder sind sie hier mit in die Pulk drin und unterwegs. Ja, hier seht ihr eigentlich, dass der Hafen für die Treibstoffversorgung dann gut funktioniert. Ja, aber schon zu gut hier, ne? Kommen wir nicht hinterher mit der Treibstoffproduktion? Hier sind 11.700 Tonnen. Werden die hier nicht abgeholt, Genossen? Hm, irgendwie müsste ich mir, glaube ich, nochmal die Zuordnung dieser beiden Fässer anschauen. Treibstoff kommt bei beiden rein, aber wo er jetzt rausgeht, die holen Treibstoff ab, können nicht geladen werden. Können nicht geladen werden, seht ihr hier, das geht viel zu langsam. Das heißt, die saugen jetzt in Echtzeit das auf, was produziert wird. Und hier in diesem Fass, Genossen, da schlummern 11.700 Tonnen. Die sich auch erhöhen hier jetzt, sehe ich noch, ne? Ja, die erhöhen sich auch noch. Okay. Das heißt, wir haben aus diesem Fass keinen Abgang hier. Das heißt, diese Leitung hier, die ist mal wieder Bullshit. Oh, äh, mit anderen Worten. Also, das, äh, die ist, äh, ja. Ah, genau, Genossen, hier sehe ich es jetzt auch. Weil hier ist so ein Straßenübergang. Und den Fehler hatte ich vorher schon beim Asphalt gemacht. Dass, äh, hier können immer nur zwei von den, den Leitungen angeschlossen werden. Sonst führt das zu Problemen. Ah, okay. Und hier haben wir jetzt das Problem. Hier haben wir das Problem, dass hier keine, keine Ableitung ist. Ja, wie machen wir das denn, Genossen? Auf jeden Fall muss diese Leitung hier sowieso weg. Egal, was wir machen. Die hier kommt weg. So. Ja, und dann ist die Frage, wie bekommt man diese Leitung jetzt eigentlich hier mit diesem Hafen verbunden, ne? Das heißt, wir haben einfach ganz brutal hier überlegen. Ja, könnte man machen, ne? Theoretisch. Ja, ob das praktisch auch geht, mal schauen. Ach, dann gehen wir hier mal. Ja, schön wird das nicht werden, Genossen, aber... Das ist doch das richtige... Ja, ja, das ist das richtige Fassastra. Wenigstens das. Okay. Kommen wir hier rüber, ist die Frage. Hier geht es furchtbar hoch. Ja, ein bisschen runter vielleicht. Kommen wir hier... Ja, das ist auch so von der... vom Gefälle her... Mh-mh-mh. Der ist ein bisschen gefummelt hier. Ja, so sah ganz gut aus eigentlich. Im Rahmen der Umständen... Möglichkeiten hier, so. Okay. Das heißt, an diesen Hafen wollen wir ran. Hier, hier wollen wir ran, haben wir gesagt. Einfach hier brutal rüberlegen, oder? Ja. So machen wir das. So machen wir das, Genossen. Aber hier schon ein bisschen runter. Hier schon ein bisschen runter. Sonst kommen wir nachher nicht weit genug runter. Okay, wie weit können wir runter jetzt schon? Hier wäre Bodenniveau... Vielleicht zwei Tacken höher. So. Okay. Hm, kommen wir... Zwei Tacken höher ist natürlich genau die Höhe, die die andere Leitung da hat. Also, gehen wir hier nochmal ran. Dann gehen wir auf drei Tacken hoch, ne? Ja. Ah, okay. So, ungefähr. Können wir auch schon einen... Ne, können wir noch nicht. Okay. Hm. Ah, falsche Seite ja sowieso. Hier wollte ich rein. Astral, guck doch mal. Machen wir folgendes. Wir gehen hier vom... vom Hafen aus los. So. Hm. Lassen wir müssten wir hier noch ein Stück wegnehmen. Ich glaube, ich starte das hier nochmal. So. Okay. Okay. Ja, das ist jetzt nicht schön. Unbedingt im klassischen Sinne. Hier die. Ich lasse das jetzt so kommen. Und wir kaufen das jetzt auch direkt. Peng. Weil ich sehen will, wie das Fass leer läuft hier. 11.750, ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das heißt, wir haben anscheinend das Problem hier ein bisschen gelöst, ne? Die Schiffe füllen sich. 790, ja, das läuft gut. Das ist die normale Betankungsgeschwindigkeit hier. Und jetzt tanken zwei von den Schiffen. Und da seht ihr auch hier die elektrische Leistung, die hier abgefragt wird. Ja, über ein halbes Megawatt, ne? Das ist schon ordentlich. Und ich meine, dass es bei den Schüttgütern hier, Kies und Kohle, dass es da noch extremer ist. Ja. Gut, das Problem haben wir hier gelöst. On the Run, Genossen. Hier seht ihr auch, dass hier unser Straßenbauprojekt auch erfolgreich gelaufen ist. Weil dieses Stück hatte ich hier noch als Baustelle mit hinzugewiesen. Ja, die Raffinerie läuft okay. Okay. Könnten ein paar mehr Arbeiter sein. Ja. Aber wie sieht unsere Rohölversorgung aus? Hier ist sie ganz gut. 12.900 Tonnen. Das heißt, das andere Fass ist immer noch komplett leer. Genossen, das muss immer noch komplett leer sein. Da hier ja noch Platz drin war und die hier in der Reihe hängen. Ja, alles was erzeugt wird, können wir immer noch in der Raffinerie da verarbeiten. Das ist gut so. Und lasst uns doch einmal noch rüber gehen nach Eisenhüttenstadt, Genossen. Weil hier gehen ja auch große Bauarbeiten voran. Und das können wir uns ja gerne mal anschauen. Hier seht ihr den Pulk der Kohleversorgungsschiffe. Das ist ja immer unsere kleine schwimmende eiserne Reserve, die darauf wartet, hier anzulanden und quasi die Eisenhüttenstädterseite hier komplett mit Kohle zu versorgen, Genossen. Ja. Was ist denn... Oh, 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 was ist denn hier los? Hier hat sich... Hier hat sich was aufgestaut. Unvollendete Straße. Komm mal her. Ja, vielleicht die Baubüros hier, den hatte ich hier gesagt, die sollen die Arbeiter hier mit abholen. Ja, das ist natürlich gar nicht gut, ne? Das ist nicht gut, Genossen. Aber schaut euch mal dieses Fahrzeug an. Das hatte ich ja für die Baubüros gekauft. Das sind so Trucks mit Personentransport-Auflieger. Und ja, hier steht jetzt Aeroflot drauf, also als Flughafenbus sozusagen. Ich meine aber, diese Dinger auch in Havanna schon mal gesehen zu haben. Da waren sie aber noch größer und irgendwie so buckelig geformt. Die waren hinten höher, in der Mitte weiter unten und dann wieder höher. Aber diese Teile hatte ich hier unseren Baubüros als Transportmittel gegeben, damit das mal ein bisschen auffällt. Da ich leider diese roten nicht mehr kaufen kann hier unsere, wie hießen die noch, die Icarus, waren das Icarus-Busse, Genossen? Da müsste ich mal nachschauen. Auf jeden Fall freue ich mich drauf, auf die Zeit, wenn wir denn die Möglichkeit haben, unsere Fahrzeuge selber herzustellen. Und ja, also das wird gut werden. Oh, das sieht aber hier ganz schön krass aus, ne? Hat sich das alles hier wegen dieser Bushaltestelle so aufgestaut? Ja, das hätte ich nicht machen sollen, Genossen. Das hätte ich nicht machen sollen. Folgendes, wir machen folgendes. Ich sage jetzt hier, an dieser Bushaltestelle sollen auch Arbeiter warten. Ja. Da sollen auch Arbeiter warten. Und jetzt sage ich den Baubüros, die hiervon betroffen sind, das ist eigentlich dieses hier. Dem sage ich, dass die Quelle der Arbeiter sich verändert hat. Dass das nicht mehr... Hier stehen sie auch fest. Ja, das ist blöd, das ist blöd. Ah, da müssen wir uns drum kümmern. Das heißt, das ist... Wo war ich denn gerade? Hier war ich, ne? Hier sagen wir, das ist diese Haltestelle. So. Ich sollte das nicht machen. Ich sollte nicht die Trollibus-Haltestellen hier mit den Arbeiter-Haltestellen mixen. Aber denselben Trick führen wir hier jetzt auch durch. Hier sagen wir, hier dürfen auch Arbeiter warten. Er arbeitet für dieses Konstruktionsbüro hier. Und dem sagen wir jetzt, hol bitte deine Arbeiter in Zukunft nicht mehr bei der... Bitte bei der Haltestelle für die Trollibusse ab, sondern hier. In Zukunft. Die Busse, die jetzt noch unterwegs sind, die sind leider unterwegs. Aber das haben wir geändert. Okay. Das heißt, dann werden wir den unfertigen Fußweg hier aussetzen und neu starten. Dann ist der Bus weg. Mal sehen, ob er hier weiterfahren kann. Nein, er kann auch nicht weiterfahren. Arbeitet er auch für dieses hier? Ich weiß nicht, ob wir das gerade hatten, Genossen. War das das Konstruktionsbüro hier? Mit den Arbeitern. Gut, aber sagen wir jetzt auch nochmal, hol die Arbeiter hier ab in Zukunft. Und diese Baustelle, die stopfen wir kurz. Weil, wenn nicht der Mann nicht aufpasst, dann stehen sie wenigstens an der Bushaltestelle, die hier nicht unseren Trollibusverkehr lahmlegt. Denn der ist wichtig, damit die Energie und die Strahlproduktion und alles laufen kann, Genossen. Denkstätte, Rocket Monument. Plattformstation, keine Ahnung. Welcher Gebäude ist jetzt das hier? So, okay. Ach ja, und zum Abschied. Sag noch leise. Ich weiß nie, wo es lang geht. So, Bau aussetzen, Bau fortgesetzt. Okay. Das heißt, die sind alle weg und eigentlich müssten hier an dieser Bushaltestelle jetzt sich ein paar Arbeiter sammeln. Sehr gut. Und die stehen dann ausschließlich eigentlich hier der Bauindustrie zur Verfügung. Jawohl. Gut, das müssen wir im Auge behalten, Genossen. Wie sieht es hier aus in Central City? Ja, hier sind viele Arbeiter, das ist gut. Hier sind genug, das ist auch gut. Okay, dann haben wir das ein bisschen entflochten. Und die gelben Baubürobusse, die holen sich jetzt an den bislang nicht servicierten Bushaltestellen die Arbeiter ab. Sehr gut, Genossen. Ja, was ist hier sonst noch in Eisenhüttelstadt passiert? Ihr seht natürlich, dass der Straßenbau hier weiter vorangeht. Die Tunnel sind fertiggestellt worden, die hier zum Hafen rüber gehen. Ja, hier im Regierungsviertel ist nur ein bisschen Straßenbau passiert. Das hatte ich jetzt aber auch nicht priorisiert. Da eigentlich hier die Bauarbeiten im Hafen genossen. Da das eigentlich die wichtigen oder die zuerst stattzufindenden Bauarbeiten sind. Ihr seht hier, dass hier zwei neue Konstruktionsbüros hinzukommen. Hier geht ein bisschen Straßenbau voran, das ist auch gut. Und des Weiteren, ja, hier wird eine neue Ebene eingezogen mit einem kleinen Wohnbereich hier. Aber das ist mehr so eine Bastelei, die ich so nebenbei weiterführe. Was wichtig hier genossen ist, das soll unsere zentrale Anlande-Hafen werden eigentlich. Hier wird das Fleisch angelandet. Hier kommt dann Kunststoff. Hier kommen Klamotten, also Kleidung und Stoff. Elektronische Komponenten und alles, was wir für die Fahrzeugproduktion brauchen. Das plane ich hier dann per Binnenschiff anzuliefern gelassen. Ja, deswegen hier die großen Bauarbeiten im Hafen. Und da bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass das hier so langsam vorangeht. Ihr seht, dass die Baustellen doch bedient werden. Das geht voran. Langsam, aber gut, da hatte ich jetzt auch nicht den meisten Augenmerk draufgelegt. Ja, und hier an unserem Deckmal gehen die Straßenbauarbeiten weiter verandert. Hier wieder ein Stück mit ausgewiesen, hier im Kreisverkehr. Und das macht eigentlich auch ganz gute Fortschritte. Das heißt, dass wir hier guter Hoffnung sein können, in der Zukunft auch in Richtung des Urans vorstoßen zu können. Denn das wäre ja die nächste Produktionskette, die hier auf der Tagesordnung stünde. Ihr seht, der Schiffsverkehr nimmt zu. Hier legt jetzt gerade einer ab, der neuen Treibstoff holen wird aus Leuna. Und da bin ich auch mal gespannt. Also hier so einen schönen Hafen, so mit Wohngebäuden darum zu errichten. Da freue ich mich richtig drauf, Genossen. Und ich hoffe, euch hat es auch ein bisschen gefreut, heute dabei gewesen zu sein bei diesem Video. Also, comment, like, subscribe. Wenn euch der Kanal gefällt und ihr noch kein Abo habt, abonniert den Kanal. Das freut mich auch und YouTube auch. Wir sehen uns sonst beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Macht's gut, bis dahin. Euer Astral Silber sagt Tschau für heute. Vielen Dank. Tschau.